Der Hünteler Neuer, da nochmal Martínez. Ein Rottweiler auf dem Kinderspielplatz. Alter! Alter! Eto! Ochi! Ajo! 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 80K! Ajo! Informe, ja! Und gewonnen, wie haben wir das nochmal gemacht? Wie? Mit dem Intro. Weiß nicht. Wir haben immer so gesagt so, yo, wir sind die... Was geht? Wir sind die Echten. Was sind wir die Echten eigentlich? Nein. Okay. Yo Leute, was geht? Und nochmal herzlich willkommen mal wieder zu einem Video, wo auch der Film mit am Start ist. Ja, moin moin. Ich bin ja jetzt, glaube ich, seit Ewigkeiten hier in einem Video gewesen. Und ja, jetzt habe ich mal Bock wieder dabei zu sein. Ja, spontane Aktionen jetzt. Futurhaft. Genau, wir haben gerade Fußball zusammen geguckt. Schalke hat verloren. Aber wir haben uns gedacht, wir lassen uns nicht lupen. Machen heute mal ein Double Futurhaft, Double Futurhaft, was auch immer. Also viel schlechter, als wenn ich alleine zocker, kannst du gar nicht sein. Okay. Wir haben das in letzter Zeit schon mal ein paar Mal probiert. Und ja, ich würde sagen, dafür wollen wir auf jeden Fall, wie viele Likes wollen wir sehen? Tausende. Ja, sagen wir 1200. 1200 Likes wollen wir dafür sehen. Und heute machen wir einen Double Futurhaft. Das heißt, wir legen auch direkt mal los. 4-3-3. Oh ja. Ja? Oh ja. 4-3-3 nehmen wir. Ohne Zehner. Messi oder Lewandowski? Ich würde Messi nehmen, oder? Messi. Ja. Okay, machen wir erst die Bank wieder. Jetzt erstmal wieder die Bank. Das ist unser neuer Trick. Wir machen immer als erstes die Bank. Kutschwa oder Derea. Derea. Ah, Derea ist perfekt. So. Jetzt am besten BBVA. Kriegen wir direkt PP. Ja, ja. Sehr nice. Also irgendwie immer, man baut einfach immer, ob man es will oder nicht, BBVA. Ja. Ich nehme mal Otamendi, weil der Rest ist ja sowieso unbrauchbar. Mhm. Und ja, wir hoffen natürlich auf ein geiles Team. Ich bin mal gespannt. Puh. Boah, Kosta ist auch krass, aber den kriegen wir niemals gelinkt. L.M. sogar. Ja. Chillig. Oder ich denke mal Parejo, oder? Parejo wäre für den Link besser. Ja, dann wäre auch schon geil, aber die kriegen alle scheiße gelinkt. Ja. Oder haben wir versucht, auch irgendwie BKL reinzubringen. Ja, da hätten wir mit Otamendi können wir auf der linken Seite starten. Mhm. Soll ich mal De Bruyne nehmen? Ja. Risky. Komm, Risky De Bruyne. Wir versuchen es einfach mal. Jetzt müssen wir hier links irgendwie BPL wählen. Könnten wir hier mit Inla machen. Son hätten wir auf links außen. Das wäre schon mal ganz gut. Wir versuchen einfach mal irgendwas. Wir versuchen es einfach mal. Oh. Okay. Und da hat sich die linke BPL-Seite so mehr oder weniger schon wieder erübrigt mit Neymar. Alter. Ich kriege aber in jedem Foot Draft Neymar. Das ist so heftig. What the fuck? Alter, was ist das für ein Sturm? Natürlich. Okay. Das mit der Bank ist tatsächlich eine geile Sache. Lux. Äh. Ja, wie nehmen wir jetzt? Äh. Lux ist perfekt. Der ist BBVA und Otamendi hätten wir ja hier. Das ist wirklich richtig gut. Ja, das stimmt. Das wäre super nice. Na, Walker, aber... Alter. Ja, oder wir machen die rechte Seite, äh, Dings. Wobei hier wäre jetzt... Können wir noch Zabaleta nehmen, weil... Ja, Zabaleta. Dann müsst ihr einfach nur einen anderen, ähm... Ja. ZDN. Ja, wir machen einfach mal Zabaleta. Ja, Perfect Link mit Otamendi. Ja, Perfect Link mit Otamendi, genau. Isco gibt's auch. Reus auch noch. Alles klar. Wobei Ramirez wäre, würde sogar zu Neymar linken. Stimmt. Ramirez ist auch. Wir nehmen Ramirez. Ja, Ramirez würde die auch nehmen. Okay, also unsere Bank ist schon mal richtig, richtig geil. Und jetzt kriegen wir noch... Ah, wen nehmen wir da jetzt? Sterling vielleicht nochmal nehmen. Ja, Sterling nochmal eventuell. Vielleicht für Chemie noch. Genau. So, Torwart. Wobei da sich da jetzt eigentlich schon alles so weit abgespült hat. Kann man vielleicht Bravo nehmen, oder? Ja, Bravo zur Not nochmal, falls da nochmal irgendwas anbrennen sollte. Innenverteidigung, boah, würde ich Mathieu nehmen. Ja, oder Laporte. Ich weiß nicht. Der ist 1,89, der ist auch 1,90. Die sind einfach fast genau identisch. Ja. Ah, lass Mathieu nehmen, bisschen mehr Pace. Ja, würde ich auch nehmen. So. Okay, hier ist Bullshit. Nehmen wir BPL. Ja, können wir zur Not auch Distin nehmen. Ja. Das ist ja auch Franzose. Haben wir hier schon mal ein bisschen gelingt. Linksverteidiger. Rose vielleicht. Ja, Rose. Die Insider. Und der ist auch noch schwarz. Okay, Leute, wir erzählen kurz eine Geschichte dazu. Wir waren nämlich im Urlaub. Und da war so eine 14- oder 15-Jährige. Und der ist die ganze Zeit abgegangen. Hat gesoffen wie so ein Schlot. Und ich war einfach 14 und komplett schwarz. Und hieß Rose. Und deshalb ist das gerade so. Wer hat das Gras weggeraucht? Die Rose. Genau. So, wen können wir hier nehmen? Wo ist die Nummer mit der Monobrauer? Jo. Bleibt uns eigentlich nur Sonja übrig. Der Rest ist ja mehr oder weniger unnötig. So, jetzt gute BBVA-Sechser. Okay, da ist er hier perfekt. Sogar ein Franz Sacke. Das sieht sogar jetzt auch hier schon sehr gut aus. Also, sehr nice. Okay, wow. Also, ich glaube sogar, das Team wird besser als das davor. Okay, BPL nehmen wir einfach mal Shelby. Dann hätten wir hier einen außer BPL. Jo, wen nehmen wir hier? Dann müssen wir ja mehr oder weniger Caballet nehmen. Auch Franzose. Ja. So, jetzt einen guten Stürmer. Am besten wäre es Suarez oder so. Korea ist perfekt. Link gut zu Messi. Das ist sehr nice. Mhm. So, und jetzt kriegen wir auch noch einen guten Linksaußen. Ja, aber eigentlich auch. Linksaußen. Oder Sanchez wegen BPL. Kann man den linken, Pedro. Dann würde ich auch lieber Sanchez nehmen. Ja, ich würde auch lieber Sanchez nehmen. So, Freunde. Das ist unser fertiges Team. Also, halbfertig. Wir müssen es jetzt irgendwie gelinkt bekommen. Ich bin mal gespannt, wie wir das meistern werden. Aber ich bin ein guter Dinge. Wir machen das schon. Let's go. So, Freunde. Das ist unser fertiges Team. Ist dann doch sehr viel BPL reingekommen. So mehr oder weniger unfreiwillig. Ich finde es aber ansonsten richtig, richtig gut. Wir werden dann Ronaldo auf jeden Fall einwechseln. Der Reha im Tor ist natürlich auch sehr stark. Jo, wir werden dann irgendwie Ronaldo einwechseln. Vielleicht noch Sanchez auf der Bank. Den man irgendwann mal bringen kann, wenn es brenzlig läuft. Oder dann noch halt, oder beziehungsweise PP wollen wir noch einwechseln. Den haben wir jetzt ja erstmal nur für die Chemie. Jetzt gibt es noch hoffentlich einen geilen Manager. Wenger ist ja mehr oder weniger perfekt. Und, jo, dann schauen wir mal, dass es was Geiles gibt. Und diesmal muss ich auch als Gast hinzugefügt werden. Ja, jetzt muss ich was hier richtig machen. 84er Teambewertung, das ist eigentlich sehr stark. Und dann gehen wir mal rein. So, wir werden jetzt diesmal einen Gast hinbekommen. Nehmen wir natürlich die weißen Werner-Matrild-Trikots. Rein ins Game, Freunde. Jetzt werden wir mal gespannt. Ich bin halb. Ah, ich bin auch halb. Alter. Sagst du Finale? Ich sag Finale. Aber kein schlechtes Team. Nur mich hat keine Voli-Chemie. Ja, unkörperschall. Ja, und Marcelo auch nicht. Unkörperschall. Ach so, ja. Aber der Rest, also vor allem die Bundesliga-Sachen, da sehen schon sehr, sehr stark aus. Ich bin gespannt, wie es wird. Wir gehen jetzt ins Spiel rein. Zu zweit. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal, wir haben locker schon 30 Spiele zu zweit gemacht. Also wir haben es momentan so noch ein bisschen gesuchtet. Vor allem das Problem bei uns ist, wenn wir irgendwie 2-0 führen, das heißt nichts. Ja. Wir haben es richtig häufig 2-0 geführt und es dann noch verkackt. In ihr. Ja, war da? Ja, ist halt geplant. Damit die Gegner denken, dass wir eigentlich schlecht sind. Das stimmt vielleicht auch, aber... Ja, gut, ich meine... Loll. Ren, Finn. Jetzt Ronaldo. Ronaldo, komm schon. Mach ihn. Nice. Sauber. Boah, der hat geschämpfert, Alter. Boah, die haben das rot. Ja? Meinen nicht. Sag mal. Loll. Warum? Ich weiß nicht, Alter. Nice, 1-0. Sauber, 1-0. Finale ist drin, Leute. Ja, Finale ist. Wir sind Euphorie-Brothers. Oh, 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 oh Naja, ne. Schade. Hätte der den jetzt noch bekommen und der Torwart stand da, das wäre lustig. Wir sind richtig gegeistbar gewesen. LOL. Wow. Chilliger Gegner auf jeden Fall. Uh. Wo kommt der denn her? Weiß ich auch nicht. Oh, da habe ich mich richtig scheiße bewegt mit einem Verteidiger. Ja. Alter. Oh mein Gott. Ja, Lux. Ah ne, De Gea haben wir im Tor. Stimmt. Du passt eben immer zu dir selber. Oh shit. Lupf. Ja. Ja. Jawoll. Ja. Was ein geiles Tor. Nice. Alter, dieser Pass kam einfach aus dem Bier. Der kam perfekt, der Pass. Oh shit. Und da steht es 2-0. Ohohohoho. Oh, ich glaube es geht mit Gelb oder? Ja. Ohohoho. Oh. Oh. Lol. Was hat unser Torwart gemacht? Wtf. 2-1. Wir haben ja gesagt 2-0 heißt bei uns gar nichts. Das heißt wirklich nichts. Alter. Oh. Ohohohoho. Ich bin jetzt konzackt. Ohhhh. Jawoll. Ja. Ganz links. Ganz links ist Nehmer. Ich pay es erstmal. Flache Flanke. Ja. Ja. Das war irgendwie keine flache Flanke. Ja egal. Ja. Nice. Erstes Game gewonnen. Erstes Game gewonnen. Alter, das kommt wirklich nicht häufig vor, dass wir das erste Game gewinnen. Nee. Das ist schon mal mehr als alle erwartet hätten. Stimmt. 2-1. Not bad. Ich würde sagen wir gehen direkt ins nächste Spiel. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir heiß. Ja. Auf jeden Fall. Also jetzt müssen wir auch direkt das Finale gewinnen. So. Nächster Gegner. Comment. Hat irgendwie nicht so krass viel Chemie. Aber Aubameyang in Form. Und das. Aber der erste in Form. Ja. Das ist trotzdem Gefall genug. Ja. Das stimmt. Aubameyang ist gefährlich. Wir hatten den selbst mal second in Form. Mit dem sind wir glaube ich sogar mal ins Halbfinale gekommen. Ich glaube auch. Da ging es richtig ab. Mhm. Alter. Aubameyang ist second in Form. Er hat jetzt nur den First. Aber Pace is Pace. Ey. Was? Lol. Der hat mich richtig weggeboxt. Hast du das gesehen? Nee. Hab ich nicht gesehen. Ich bin blind. Lol. 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 Der ist Aubameyang, Alter. Der ist so gefährlich. Der ist so gefährlich. Obwohl der irgendwie nur sechs Chemie hat. Oder so. Richtig krank. Was? Nice. Kein Elfmeter, Alter. Sauber. Schockstarre. Ja. So richtig. Das Pace, glaube ich. Oh. Nice. Oh, die Linie, die Linie. Genau. Ja. Ja, Alter, Alter. Yes. Was? Ja, Alter. Zufallstor. Sauber. Neymar macht das Tor. Nice. Alter. Nice. Boah, Alter. Er fühlt sich schon richtig verarsch. Sauber. 1-0. Oh. Nein, nicht. Oh. 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 Alter. Schau. Oh, dieser Pass. Nein. Oh. Oh. Der Rea, Alter. Oh mein Gott. Oh. Ja, 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 nein, was, was, wie habt ihr den jetzt gehalten, alter, auf einmal kommt da so, auf einmal kommt da der Fuß Gottes, holy shit, holy shit, nicht rauskommen, nicht rauskommen, nein, oh, das kann doch nicht sein, Junge, es war so, ich wusste das von Anfang an, wir kriegen mindestens ein Gegentor von Aubameyang, oh, spielt dahin, was macht der da, der macht aber auch Hoffnung, ne, ja, so, da ist er jetzt, komm mal rein, ja, yes, oh, mein Junge, yes, was, so ein geiles Tor, Alter, was für ein leises Tor, Kevin, die Freunde macht, das 2-1, boah, die Flanke war auch richtig geil, alter, boah, die Flanke war perfekt, und Santi ist auch rechts außen, nice, sauber, alter, das war jetzt gerade ungewählend, aber ist egal, boah, und auch Volley, alter, sauber, wie er den genommen hat, richtig geil, nein, wir kriegen auch einen Freistoß, sauber, alter, der kommt, alter, oh, mein Gott, der Freistoß, King ist back, Ich hätte den gerade aufschießen sollen, aber, alter, ich kann's halt, ich kann's halt, oh, mein Gott, so, alter, ey, so, was für ein krankes Tor, sauber, nice, halbfinale, sauber, 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 Leute, boah, geil, was ein krankes Spiel, Okay, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Gegner wieder, das läuft ja richtig, richtig, richtig gut bis jetzt, so, Freunde, Gegner Nummer 3, Oh, Stavage und Bullasie, aber nicht so viel Chemie, wer weiß, vielleicht können wir da, Ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt, Wahrscheinlich wechselt der noch Ronald oder so, kann ich mir mal vorstellen, Hab sich auch gedacht, probieren wir mal BB4A und wir sehen Serie A und dann doch Barclay, Ja, 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 oh, Mann, sauber, yes, nice, 1 zu 0, sauber, so muss das sein, Ich sag auch noch 30 Sekunden vorher, warum sind seine Spieler so gut, so muss das sein, alter, perfekt, 1 zu 0, Abseits, Nein, was, wie, warum, warum nimmt ihr den an, führen Simon, Finale, 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 Was hat er versucht, ich weiß es nicht, alter, Ja, wir sind im Finale, Leute, Oh, shit, oh, wer hätte das gedacht, Ich hätte es überhaupt nicht gedacht, alter, Ich auch nicht, ich dachte, erste oder zweite Runde, Alter, wir sind im Finale, Das könnte das erste Footwork sein, was, So, Freunde, letztes Spiel, Nicht schlecht, Nicht schlecht, das ist wirklich nicht schlecht, Fünfer Ketzer auch noch, Ich bin gespannt, ey, mit Neymar, Lewandowski und Kosta da vorne drin, Äh, er hat Alaba, Wo hat er Alaba spielen als, Wenn man, wenn man die Chemie braucht, ne, Oh, ja, 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 Spiel in die Mitte, Spiel in die Mitte, Nein, was, Nein, Das war Abseits, weil der eine da auf dem Boden lag, Was war das denn für ein cooler Ball gerade, Wow, Alter, Ja, Ja, Ganz klar, Fand ich auch, Ganz klar, Lol, Nein, Ja, Jetzt, Oh, Nein, Was, Was zum Beispiel, Jetzt haben wir so viel Pech, Alter, Nice, Ja, 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 Gott, Alter, Was für ein geiles Tor, Sauber, Nice, Alter, Boah, Abboxer der Eckfahrer, Finale, Junge, Was für ein geiles Tor, Mit der Schuss, Den hast du richtig nice gemacht, Das war so klar, Das war sein erster Torschuss, Ja, Was war das denn für ein kleines Tor, Ja, Mann, Alter, De Bräune, Der geile Ficker, Meine Hände sind voller am Threaten, Alter, Aber trotzdem, Boah, War das ein geiles Tor, De Bräune wickst den einfach rein, Zack, Und jetzt, War das ein Fidesstschuss? Ja, Boah, Nice, Alter, Nice, Scheiße, Nee, Oder? Nee, Oder? Nee, Oder? Das kann doch nicht wahr sein. Bitte was? Sterling, Ach, Sanchis. Er schiebt das bestimmt richtig Hoffnung auf Ragequid. Junge, Was? Alter. Oh Mann. Nein. Alter. Die Kretsche vor allem noch. Oben, 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 oben. Nice. Nein, ich wollte gerade nach oben passen. Nice, jetzt außen, 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 außen. Ah, er fasst ab. Verlängerung. Nein, Alter, schon wieder Verlängerung. Fuck. Fuck. Oh, scheiße. Junge, ey, das überleb ich nicht. Ich übernehme es jetzt schon nicht. Nein, Mann, wir müssen es gewinnen. Nein. Es war kein Elber. Na, warum nicht? Alter. Ey, das kann nicht sein, Alter. Vielleicht mal Sterling ein. Für wen? Der ist selbst eingefrogen. Oh, ey, hallo. Hallo. Fuck, ich kann nicht nachher. Nein. Eins. Oh, komm, 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 komm. Ja, ja, ich krieg ein Freistoß. Nachspielzeit, wenn du den jetzt machst, ist vorbei. Nein. Bitte lieber FIFA-Raus. Alter. Oh, mein Gott, der Freer. Oh, mein Gott. Fuck. Nein. Es kann nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ey, das kann nicht sein. In der letzten Minute. Wir gucken einfach nicht. Wir können einfach kein Food Ruff gewinnen. Es geht nicht. In der letzten Minute. Ey, das war ja... Wir haben in der zweiten Hälfte der Verlängerung so dominiert, ne? Ich fass es nicht. Dann macht der so ein scheiß Eckentor, wovon eh nur eine von 20 Ecken reingeht, wenn überhaupt. Der hundertzwanzigsten Minute, ey, das kann doch nicht sein. Hauen wir uns mal unsere Preise ab. Ich denk mal, wir kriegen 50 Kast, aber noch nicht mal. Das sind, glaub ich, 2,5... Das sind 2,25 Kfx, wow. Ja, komm, Mann. Wow, Alter. Pff, check. Oh, Mann, ey. Was, 2,5 Kfx, wir kriegen noch nicht mal die Münzen fürs Food Ruff wieder durch dieses Kackpack. Alter. Oba, wir haben ja immerhin. Ja, doch, jetzt haben wir Münzen eigentlich wieder raus vom Food Ruff. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas wert ist. Ja, doch. Nice. Ja, immer wenigstens, aber die Münzen wieder raus. Aber bitter, Freunde. Das ist so bitter, ey. Das kann nicht sein. 120 Minute. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr die Likes richtig eskalieren lasst auf diesem Video. Es war krank. Es war so eine spannende Folge, ne? Höhen und Tiefen gehabt, ey. Unglaublich. Ich würde sagen, dafür brauchen wir über 1.000 Likes. Auf jeden Fall. Wir sind da mit raus. War richtig krass. Danke fürs Zuschauen. Hau da rein. Ciao. 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 Das kann nicht sein. 120 Minute sein.